moin moin und hallo heute wollen wir mal aus einem winzip zip dateichen oder aus einem pkzip oder 7zip oder winzip oder einer normalen zip datei das passwort knacken leute ja natürlich dürfen wir das natürlich nur zu zwecken weil wir an unseren eigenen daten die passwort vergessen haben das machen wir natürlich nicht von anderen menschen ihr passwort was benutzen wir dafür dazu benutzen wir passfab for zip denn passfab gibt uns nämlich ein tool an die hand mit dem wir sogar brute force angriffe machen mit masken zum beispiel das heißt dass das einer der besten knack software und entfernungstools von zip passwörtern wir knacken unsere verlorenen passwörter sofort in einem verschlüsselten zip winzip 7zip pkzip archiv unabhängig davon welche arten von zeichen oder symbolen unser zip passwort enthält drei arten von passwort angriffen mit dem neuesten entschlüsselungsalgorithmen wodurch das knacken des passworts einfacher und schneller ist als je zuvor es unterstützt das knacken von passwörtern für alle arten und verschlüsselten zip winzip 7zip und pkzip archiven selber das ist cool leute und wir führen es jetzt mal durch ihr seht also im prinzip das programm selber ist einfach nur ein fenster natürlich sehr hinter noch eine software die sehr einfach zu bedienen ist wir haben hier jetzt also hier können wir den fad der datei hinpacken hier haben den schutzgrad haben die komplexität haben das passwort was später mittel wird jetzt können wir auswählen wörterbuch angriff das findet also das passwort schnell aus dem eingebauten oder benutzer definierten wörterbuch das heißt hier können wir die wörter buch bücher auch noch managen und erweitern als zweites haben wir ein brut force angriff mit masken angriff das heißt also individuelle nummern symbole zeichen und so weiter können hier angewählt werden hier seht ihr auch wenn wir auf einstellungen gehen welche möglichkeiten das minimale passwort länge 1 maximale passwort länge 6 können wir auswählen um es einzugrimmen dann um zeit zu sparen ist das alles wir können affix einstellen wir können zeichensätze dazu buchen oder wegsetzen also symbole großen kleinen buchstaben et cetera nummern und den normalen brut force angriff ohne masken also das heißt es werden alle möglichen kombinationen versucht aus allem was das teil hat also das ist am braucht am längsten wird aber auch die die krassesten passwörter hinbekommen okay lasst uns das mal durchziehen ich habe hier ein movie datei lass uns mal kurz starten damit ihr seht so hier seht ihr da ist die annie und wir machen jetzt hier mal schnell ein winzip freundchen davon das heißt winzip dann zur zip datei hinzufügen verschieben jetzt werden wir hier also erstmal ein zip klassisches machen hier guck mal zip x könnte man auch noch machen hier machen wir datei verschlüssel jetzt gehen wir hinzufügen und jetzt werden wir das kennwort mal raus also wir fangen jetzt erst mal an mit was einfachen okay ich mache jetzt mal ganz easy peasy 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 go bestätigen damit ist das winzip freundchen jetzt angelegt dann wollen wir mal jetzt haben wir also hier das winzip archiv das werden wir jetzt importieren in passfab4zip und dann haben wir es hier schon da unten ist es ich bin hier auf dieser pc desktop das ist ja das hier und dort ist unsere vd25 datei und jetzt öffnen jetzt wird das gescannt was damit abgeht das dauert einen moment und so können wir top zip passwörter dann verballern so was haben wir hier schutz ist zip dann hinten noch typisierung komplexität ist sehr hoch also der datei das passwort ist momentan noch unbekannt jetzt können wir den zufolge auswählen wörterbuchangriff brutforceangriff oder hier den brutforceangriff generell mit allem was er hat an bord wir machen jetzt ein wörterbuchangriff das sollte reichen wir wissen ja was wir gewählt haben also wir starten jetzt jetzt wird das passwort nämlich dann herausgesetzt das heißt es wird hier nämlich jetzt unterschiedliche prozeduren durchgeführt um dort das ja zack da haben wir es schon das passwort nämlich herauszufinden so und da ist unser passwort 1 2 3 5 6 7 8 ausgezeichnet so nun hat uns das passwort das passwort kredenzt wie ihr hier seht das ist das passwort das vorhin eingegeben haben wir können jetzt auf kopieren gehen gehen jetzt in in das passwort also in das die datei rein die wir da entzippen wollen zack jetzt machen wir hier entpacken nach machen wir das einfach mal so schnell und jetzt kommt das passwort wie fügen wir es ein rechtsklick einfügen da ist unser passwort lass mal kurz schauen passwort anzeigen also genau er hat das richtig übernommen zack wir entzippen und sind hier bei der datei wieder und können darauf zugreifen sehr sehr sinnvolles tool wenn man mal seine zip dateien das passwort vergessen haben sollte und ihr wählt dann hier aus wörterbuch angriff raus wenn es ein einfaches ist ihr wollt aber das blutfors angriff mit masken angriff wenn es ein individuelles ding ist wo er also ein paar eckdaten kennen von dem passwort was verwendet werden wurde und oder blutfors angriff komplett das ist dann einmal komplett bitte und das dauert natürlich alles lange was die blutfors angriffe dauern natürlich länger als ein wörterbuch angriff der wörterbuch angriff ist natürlich dann aber auch dort etwas simpler gestrickt dadurch aber auch schneller herauszufinden wenn ihr aber komplexere passwörter verwendet habt dann kommt ihr nicht an den blutfors angriff selber vorbei das ist aber jetzt nicht schlimm ihr braucht halt wirklich dann nur ein paar stunden bis dort das passwort dann ermittelt worden wer sein wird rausfinden wird das aber je komplexer je mehr unterschiedliche zeichen je länger das passwort ist je länger dauert das in krypten natürlich aber ihr seht das passfab for zip macht einen guten job dann sage ich vielen dank fürs zuschauen bild abonniert mich gibt mir ein positives feedback und bis zum nächsten mal zun zun